Bleibt's doch daheim. Schaut's euch lieber einen Film an. Ei, ei, Sir. Was mehr. Um so etwas handelt es sich heute nicht um. Action! Action! Was? Ich kann ihm aber gleich die Kugel geben. Was bitte? Da gibt's jetzt überhaupt nichts, etwa zum Lachen! Gut. Das ist doch unsinnig. Du gehst ja ins B-Test. Wollt ihr ins Pflanzen oder was? Ja! Die haben noch nie was Erotisches bestellt. Echt? Braucht noch viel Liebe dazu. Ich hab Sehnsucht nach dir. Tony. Erdmann. 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 Erdmann.